Hallo Ethan, was hast du vor? Du pflanzt Gemüse? Wie toll! Welche Samen wirst du als erstes pflanzen? Karotten? Was als nächstes? Kartoffeln? Hast du auch Kohlsamen? Nein Ethan, das ist ein Blumenkohl. Schau nochmal nach. Das ist es Ethan, Kohlsamen. Ich denke, du solltest jetzt deine Samen gießen. Schau dir all dein Gemüse an, Ethan. Sollen wir es jetzt ernten? Karotten? 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 Rot. Es hat funktioniert. Fantastisch, Ethan. Orange. Großartig, Ethan. Nur noch ein Paar und der Ballon ist bereit zum Abheben. Du musst die Mitte treffen, Ethan. Juhu. Oh nein. Versuche es noch einmal. Grün. Sehr gut, Ethan. Oh. Blau. Sehr gut, Ethan. Nur noch eine Fackel und du kannst abheben. Konzentration, Ethan. Du schaffst das. Juhu. Gelb. Fantastisch. Das war die letzte. Aha. Steig ein, bevor er losfliegt. Juhu. Juhu. Fantastisch, Ethan. Juhu. Bis bald. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Hast du Lust, ein eigenes Kartenhaus zu bauen und Zahlen mit uns zu lernen? Juhu. Großartig. Dann fangen wir an mit der ersten Ebene. Juhu. Juhu. Großartig, Ethan. Du hast gerade die erste Ebene deines Kartenhauses gebaut. Fangen wir mit der zweiten Ebene an. Juhu. Juhu. Oh. Juhu. 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 Perfekt, Ethan. Jetzt fehlt nur noch eine Ebene. Juhu. Das sieht so toll aus. Sollen wir die Ebenen zusammen zählen? Eins, zwei, drei. Drei Ebenen. Aber wie viele Karten sind es hier hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh mein Gott, du hast heute so viele Zahlen gelernt, Ethan. Oh Ethan, jetzt hast du dein Kartenhaus kaputt gemacht. Du hast recht, das hat Spaß gemacht. Bis bald, Ethan. Hallo Ethan, wie geht es dir heute? Wie ich sehe, hast du Raketen mitgebracht. Willst du ein Feuerwerk machen, Ethan? Hast du Lust, dabei mit uns Farben zu lernen, Ethan? Großartig, dann fangen wir an. Hahaha! Ah! Orange. Gelb. Grün. Grün. Blau. Grün. Grün. Lila. 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 Oh nein. Arme Eten! Rosa! Wunderbar, Ethan! Du hast so viele Farben gelernt! Hast du Lust, sie noch einmal aufzuzählen? Orange! Gelb! Gelb! Grün! Blumen! Blau! Lila! Rosa! Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Dino! Wie geht es dir? Oh! Hast du heute Lust, mit uns Achterbahn zu fahren und Farben zu lernen? Großartig! Dann fangen wir an! Oh! 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 Hier! Geld. Grün. Blau. Lila. Rosa. Wow, wir hatten heute so viel Spaß, Dino. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Jungs. Was habt ihr heute vor? Ihr habt schon eine Idee? Ihr wollt ein Aquarium bauen? Na, dann fangen wir an. Die Wände passen ja schon toll zusammen. Aber uns fehlt auf jeden Fall noch der Inhalt. Gut gemacht, Ed und Charlie. Das sind die Wände. Die Wände passen ja schon. Ich habe heute so viel Spaß. Die Wände passen ja schon. 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 Super im Aquarium aus, Billy. Gut gemacht. Das sieht ja schon super aus. Jetzt ist es Zeit, die Seitenteile zu montieren. Vorsichtig, nicht das Glas zerbrechen. Damit wird das Aquarium schön farbig. Toll gemacht, Jungs. Ihr seid fast fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Unterwasserlebewesen, die im Aquarium leben können. Sehr schön, Charlie. Wow, das neue Aquarium sieht fantastisch aus. Zeit für ein bisschen Spaß. Und jetzt beginnt der Super Soca Wasserpistolenkampf. Aufgepasst. Wow, jetzt hat er euch aber. Habt Spaß, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Ted. Wie geht es dir? Was ist denn all das, Ted? Oh, du sollst in fünf Minuten so viele Eier wie möglich einsammeln? Na dann mal los, Ted. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Du hast nur noch zwei Minuten, Ted. Beeilung. Sieben, acht, neun. Ted, du hast noch eine Minute. Zehn, elf, zwölf. Die Zeit ist um, Ted. Die Zeit ist um, Ted. Mal sehen, wie viele Eier du eingesammelt hast. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Fantastisch, Ted. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Wie ich sehe, hast du Raketen mitgebracht. Willst du ein Feuerwerk machen, Ethan? Hast du Lust, dabei mit uns Farben zu lernen, Ethan? Yahoo! Großartig, dann fangen wir an. Hahaha. Hahaha. Hm. Ah. Orange. Hm. Hm. Gelb. Oh. Gelb. Grün Blau Lila Lila Oh nein, armer Ethan Rosa Wunderbar, Ethan. Du hast so viele Farben gelernt. Hast du Lust sie noch einmal aufzuzählen? Orange Gelb Grün Blau Lila Rosa Bis bald, Freunde. Wir sehen uns! Hallo, Dino! Wie geht es dir? Und dir auch ein Hallo, Dinos Mama? Hast du Lust, dir einen Rucksack für den Kindergarten auszusuchen und Farben zu lernen? Großartig! Dann fangen wir an! Wow, Dino! Schau dir nur all diese Rucksäcke in den herrlichen Farben an. Ganz schön schwer, sich da einen auszusuchen. Gelb 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 Grün Grün Blau Blau Lila Rosa 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 Ist schon in Ordnung, Dino. Du hast jede Menge Zeit, dir einen auszusuchen. Weiß Schwarz Schwarz Ah H Schwarz Braun Aha 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 Frau Rot. Orange. Wow, Dino. Wir haben heute so viele verschiedene Farben gelernt. Lass sie uns wiederholen. Gelb. Grün. Blau. Lila. Rosa. Weiss. Schwarz. Braun. Rot. Orange. Schwarz. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Sollen wir Zahlen lernen und schauen, was in dem Geschenk dort oben ist? Großartig. Dann fangen wir an. Lass uns eine Treppe mit all den Würfeln, die hier rumliegen bauen. Ah. Eins. Ah. Zwei. 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 Drei. Hi. Vier. Hm. Ah. Fünf. Jahi. Sechs. Ha. Sieben. Acht. Ha. Neun. Hiu. Zehn. Ethan, wir haben heute so viele Zahlen gelernt. Juhu. Sollen wir sie wiederholen? Iuuu. 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 Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Es ist ein Geschenk für dich, Ethan. Oh. Iuuu. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Iuuu. Iuuu. Ja, wir haben die Eite. Hallo, Ethan. Wie geht es Dir heute? Ja, hi. Hast Du Lust Autos zu waschen und Farben zu lernen? Mhm. Großartig. Dann fangen wir an. Rot. Hehehe. Woh. Hahaha. Hahaha. Oh? Gelb. Gelb. Heu. 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 Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Großartig, dann fangen wir an. Rot, Juhu. Gelb, Juhu. Ah. Oh, oh. Nein, Ethan, das ist der falsche Kreis. Überleg noch mal. Grün. Juhu. Oh. Versuch es noch einmal, Ethan. Juhu. Oh. Juhu. Rosa. Rosa. Ah. Hm. Ah. Blau. Ja, blau. Ich bin nochmal. Masum. Juhu. Oh. 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 Auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hallo Dino, wie geht es dir? Dino, hast du Lust mit Ballons zu spielen und Farben zu lernen? Super, lass uns einen Ballon aufblasen. Gelb. Wow, das ist toll. Gleich nochmal. Rot. Grün. Grün. Ja. Guck mal. Ja. Ja. Dino, welchen Ballon sollen wir zuerst aufblasen? Sehr schön. Lila. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Gelb. Rot. Grün. Blau. Rosa. Orange. Lila. Bis bald, Freunde! Hallo, Ethan. Wie geht es dir heute? Ethan, hast du Lust, mit Pfeil und Bogen zu schießen und Farben zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Aha. Gut. Oh. Oh. Walsh Oh Oh Versuch es noch einmal, Ethan. Oh Gelb Oh 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 Ah. Blau. Yahu. Orange. Yahu. Gut gemacht, Ethan. Du hast die Papierflieger toll geworfen und viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot. Gelb. Grün. Rosa. Blau. Orange. Auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Ethan, hast du Lust, Zahlen zu lernen und Mauern zu durchbrechen? Hiu. Toll, dann fangen wir an. Yuuu. Eins. Wow. Oh. Das hat Spaß gemacht. Gleich nochmal. Mhm. Ah. Zwei. Tres. Tres. Vier Hopp! Juhu! Fünf! Hopp! Ah! Sechs! Hopp! Juhu! Sieben! Juhu! 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 Gut gemacht, Ethan. Wir haben heute so viele Mauern kaputt gemacht und so viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Bis bald, Freunde! Hallo, Dino. Hast du Lust, mit einer Kaugummimaschine zu spielen und Früchte zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Drück den Knopf an der Maschine. Dino, welche Frucht ist gelb? Zitrone. Dino, welche Frucht ist orange? Orange. Dino, welche Frucht ist rot? Erdbeere. Dino, welche Frucht ist rosa? Hebenbeere. Dino, welche Frucht ist grün? Birne. Dino, welche Frucht ist lila? Traube. Dino, wir haben heute so viele Früchte gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Zitrone, orange, Erdbeere, Himbeere, Birne, Traube. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.